Was soll jetzt die Menge, Cluster? Erst mal schauen, da hinten hüpft irgendwas rum. Ist eine Spinne? Also sonst nix, okay, nichts gefährliches. Da unten hüpft auch noch irgendwas rum. Eine Kuh, was macht die noch da? Ah, okay, ziemlich ruhige Nacht, wie die letzte. Oh nein, das war einer zu viel. Uhu, mein schönes Glas. Na, schon wieder falsch, hier. Hier. Ich baue einen hohen Turm bis in den Himmel. Aber dieses Spiel ist, also es macht echt süchtig. Ich weiß nicht wieso. Aber es ist, es macht einfach Spaß. Das Fenster steht nicht mittig. Das muss ich nachher auch noch ändern. Toll, wieder vier schöne Glas zur Hand aufgegangen. War ja aber schon oben, weil da kommt ja noch eine Schicht. Da kommt ja noch eine Schicht für die Decke drauf. So, da unten ist der komische Ort, wo immer ein Zombie rumkonst, den ich nie nicht gefunden habe. Vielleicht gibt es da noch einen Eingang, den ich übersehen habe. Oder, das wäre natürlich der schlechteste Fall, da drin gibt es einen Zombie-Spawn. Das sind diese versteckten Höhlen. Und so ein Zombie-Spawn, der ist halt, ähm, da ist dann so eine kleine Zombie-Puppe in so einem Käfig, den man nicht kaputt machen kann. Oder zumindest zwei, äh, weiß ich nicht, wie man ihn kaputt machen sollte. Und, ähm, die dreht sich dann halt immer mal wieder. Und dann spawnen vier Zombies in der, äh, dort wo es dunkel ist, in der, im Umkreis von, was weiß ich, wie vielen Feldern. Das wäre so eine Zombie-Höhle. Es gibt aber auch noch die schlimmere Version, das ist dann die, äh, die, 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 die Dings-Bombs-Version, die Skelett-Version. Weil es vier Skelette auf einmal ist brutal. Bei Eintreffer von einem, obwohl jetzt, wo die sich gegenseitig bekämpfen, ist das ja was anderes vielleicht. Weil früher haben die sich halt nicht gegenseitig bekämpft. Und, es ist ja so, Eintreffer von, ach Mist, ich kann ja eigentlich die Mitte gleich weglassen, oder? Ähm, Eintreffer von einem Skelett, Skelett mit einem Pfeil hat, ähm, zwei Herzen abgezogen. Zwei Stück. Und jetzt stellt euch das mal vor, vier Skelette schießen gleichzeitig auf einen, alle treffen. Dann ist nicht mehr so viel übrig, dann sind es dann acht Herzen. Wie viel habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann sind auch zwei Herzen übrig. So, du kannst gerade mal wegrennen und du bist auch schon tot. Das ist, äh, ja, unangenehm und blöde. Hier ist ja ganz schön hell. Ähm, mm, Fackeln. Ich glaube, ich habe zu wenig, muss ich da noch welche nachholen. Auf welcher Höhe habe ich die platziert? Auf der, okay. Es soll ja alles schön symmetrisch sein. Ich mag es symmetrisch, ich weiß nicht wieso. Hey, es ist ja gleich wieder Tag. Boah, dann können wir zu dieser blöden Höhle gehen, aber ich glaube, das mache ich dann im nächsten Part. Ähm, so, jetzt muss ich nur... Ach, Mist, ich habe das Fenster jetzt falsch verzieht. Schnüff, mein schönes Glas. Bloß, weil ich zu dumm bin. Früher war es ja so, dass das Glas dann einfach wieder aufgetaucht ist. Das ist zwar sinnlos, aber ich fand es besser. Weil es ressourcenschonender war. Naja, ich wollte dieses Mal in einem Balkon mit rein wohnen. Hätte ich jetzt fast vergessen. Aber ich weiß nicht, habe ich dazu noch... Da hilft eine Spinne. Ich mag keine Spinnen. Aber immer noch lieber als Skelette. Inventar, da. Ähm, hepp, 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 hepp. Hepp, hepp, hepp. Hepp, hepp. Oh, oh, ein Selbstnordzombie. Naja, aber der... Der... würde nur explodieren, wenn ich weiter weg bin. Äh, wenn ich näher an dem Drum bin, meine ich natürlich. Ich fassle manchmal ein bisschen schmarrn. Ist einfach so. Fragt mich, wieso. Ich weiß es selber nicht. Hier noch. Da noch. Da noch. Da noch. Da noch. Da noch. Da noch. Fertig. Fertig. Wuhu. Ähm, so, dann mache ich das jetzt hier ein bisschen anders, weil ich keine Lust habe, dass es reinschneit. Aber ich mache das jetzt einfach mit Glas, weil ich davon ja genug habe. Außerdem... Nein! Außerdem eh nochmal 64 Stück herstellen wollte. Oh, ich hoffe, das reicht noch. Das wird nämlich eng. Zwei Drecksstück. Zwei. So, ähm... Oh, ich brauche eher noch ein bisschen mehr. Ja, okay, ich hätte eigentlich das ganze Zeug schon früher reinschmeißen können in den Ofen. Ich mache noch schnell hier den ganzen Schnee weg, weil ich den hasse, wie gesagt. Oh, diese Spinne, die Kreische ist... Bah! Brrrr! 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 Tricksvier! Brrrr! Boah, nee, den kann ich jetzt... Mehr mal ganz ehrlich. So, wartet mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade gar keine Lust auf diese Spinne! Komm nur her, du Sack! Ich mach dich platt! Wow! Scheißendreck, hey! ... Du springst mir nicht, mein Hose, hey. Dort ist er. Stirbspinne. Ah, die springen immer so hässlich. Schon wieder keine Seile verlangen lassen. Hey, ich glaub's nicht. Ich glaub langsam, hakt's echt. Ich weiß es nicht, woher es liegt. Vielleicht mag mich das Spiel einfach nicht. Okay. Runter kommen. Ja. Naja, ich wollte noch, bevor ich den Part beende, die Fenster richtig platzieren. Aber dazu muss ich erst noch Fenster brennen. Juhu. Habe ich keine Kunde mehr? Doch, da habe ich doch noch welche gehabt. So, die lege ich jetzt hier nach. Ich brauche insgesamt vier Stück noch. So lange können wir noch warten und über irgendwas reden, was über dieses Spiel geht. Ja genau, diese eine Höhle. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht, was da ist, wo der da Zombie ist und so weiter. Ich werde dann mal nächstes Mal nachschauen. Aber da, bis dieses ganze Zeug hier vorbei ist, wahrscheinlich schon längst wieder Nacht ist, werde ich wohl eine Nacht lang noch buddeln dürfen. In diesem Teil sind wir jetzt eigentlich ziemlich ohne Buddeln ausgekommen. Und wenn ich nächstes Mal noch so ein Selbstmord-Zombie erlegen kann, dann gibt es noch ein... Dingsbonds. Da gibt es noch ein extra... extra TNT. Das spreche ich dann ganz unten da, wo ich mal so tief gekraben habe und das jetzt irgendwie verpennt habe, weiterzumachen. Genau, da könnte ich auch mal weiterkramen. Dann spreche ich das da und mal schauen, was sich dann da so ergibt. Sonst noch was? Ah ja, ganz oben wollte ich noch. Ich bin gerade irgendwie gut drauf. So, passt perfekt. Ich schneide nicht rein. Es sieht schön aus. Das ist mein Haus. Ho, geräumt, ne? Das ist aber irgendwie behindert. Ich mache jetzt dieses Glas kaputt. Das sieht ja einfach scheiße aus. Entschuldigung, aber ist so. Aber so, dass es reinschneiden macht, ist es definitiv nicht kaputt. Weil ich hasse Schnee. Und ich mag den schon gar nicht in meiner Wohnung. Ja, das ist schon wieder Mittag. Uhu. So lange hat die KG jetzt gebraucht. So, ähm, ja. Sieht zwar behindert aus, brauche ich jetzt aber. Klappen müsste man noch dazu führen, dass man die so hier so drüber tut und dann aufmachen kann. Ähm, ja, also. Genau, ähm, das war's dann auch für dieses Mal. Äh, rate, comment und subscribe. Und, nicht unsubscribe, sondern unsubscribe. Und schaut auch wieder beim nächsten Mal rein, wenn's heißt, let's play Minecraft. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.